Hochrisiko-Gegner nähert sich? What the hell? Warte mal, achso, der da. Ja, der ist wirklich hochrisiko. Warte mal, ich baller mal da so ein paar Dinger rein. Och, da geht ja gar nichts voran. So, er zeigt mir wieder nicht, wo ich lang muss. Ich denke mal, das ist alles eins. Also hier gibt es keine großen Unterschiede. Von diesem ganzen Kram. Es geht einfach da runter und dann sind die da irgendwo. Also ob ich jetzt rechts oder links runtergehe, ist es wurscht. Gucken wir hier nochmal ein bisschen um. Was es hier sonst noch so zu plündern gibt. Brandmunition, Elektronik, Keramik. Man hat natürlich immer noch diese Kisten hier, die Special-Kisten. Mit dem Schlüssel. So. Und zwar diese hier. Und da gibt es so krasses Zeug drin. Was ich meistens gar nicht verwenden kann. Weil es irgendwie, keine Ahnung. So, den nehmen wir mit. Dahinten ist auch noch einer. Den nehme ich auch noch mit. So, nach dem Chemie-Medikalen-U-Bahn-Steig. U-Bahn-Steig? Dann bin ich ja ja komplett falsch, oder? Na, guck mal hier. Sag mir einfach die Wahrheit. Ich hasse diese Gerüchte-Küche. Sarah spricht über Quarantäne. Sie rät oft, die Hände zu waschen und zu Hause zu bleiben, wenn man sich krank fühlt. Ich habe mindestens fünf Grippepatienten, die nicht ansprechen. Die Betten werden knapp. Ich habe den Hochschulpräsidenten gebeten, einen Schlafsaal für eine Quarantäne zu räumen und den Derby-Ball abzusagen. Und hat er dir einen Vogel gezeigt? Er hat gesagt, dass ich gar nicht mache. So, da ist es, da hinten. Jetzt wird es mir nochmal angezeigt. Hier gibt es irgendwie noch so einen Schlüssel. Schlüsseldingsel. Das machen wir noch. Ui! Käfig des Jägers. So, hier ist auch nochmal so eine Kiste. Impfgegnerin. Ja, Moin. Da ist nochmal so ein Kisten. Ich konnte nichts mehr tun. Kasten. Kisten. Kisten. So. Plündern, plündern, plündern. Wir plündern hier einfach alles. Einmal alles mitgenommen. So, hier ist der Bahnsteig. Da sind auch schon unsere Gegner. Bereichsichern. Ja, dann los. Machen wir gar nicht lange hier rum. Dann machen wir gleich hier. Jetzt gleich auf. Ja. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Aufheben. Nee. Dafür sorgen, dass die Chemikalientanks ungeschützt sind. Wie ungeschützt? Was heißt denn hier ungeschützt sind? Elf Meter. Zwölf Meter. 14 Meter. Oh, ich brenne, Alter. Wieso brenne ich denn? Oh? Hochrisiko-Gegner nähert sich. Hoch-Risiko-Gegner nähert sich? What the hell? Warte mal. Ach so. Der da. Ja, der ist wirklich hochrisiko. Warte mal. Ich baller mal da so ein paar Dinger rein. Och, da geht ja gar nichts voran. Okay, der ist down. Probieren wir mal so ein Ding da kaputt zu machen. Ja. Also entweder oder, ne? Entweder rufballern. Wobei, ich muss ja da auch nicht richtig hin zählen. Guck mal hier. Mach mal so. Ist noch irgendwo einer? So, einer ist gleich weg. Alter, wo sind die denn immer alle? Wo ist er denn jetzt? Was steckt sich hier mal? Ja, zeig dich ruhig. Zeig dich ruhig, du... Du Lauser. So, ruf. Nummer 1 ist weg. Das war gute Arbeit, Agent. Tank 1 ist weg. Das sind immer noch Gegner, ne? So, hier ist Tank 2. Da weiß ich gar nicht, wie ich gerade da hin... Ah, mach ich mal hier. So, meine Drohne und Rad kümmert sich da rum. Ja, chill. Ich werde schon nicht rauf gehen. So, das Ding ist da hin. Tank ausgeschaltet. So. Danke, dass Sie sich um die Tanks gekümmert haben. Tanks sind kaputt. Das ist der Gas ins Belüftungssystem gelangt. Hui! So. Lokales Stromnetz beeinträchtigt. Nach dem Kontrollraum, äh, auf dem U-Bahn-Steig suchen. Kontrollraum, Kontrollraum, wo könnte denn der sein? Ich denke mal, hier irgendwo an der Seite sind die Räume ja immer. Die Wartungsräume für den Kram. Töp, 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 töp. Hm. Guck mal hier. Auf mal. Warte mal auf hier, das Ding. Hm, 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 hm. Da ist noch ein Rucksack. Was ist denn hier los jetzt? So. Wartungsraum. Der müsste eigentlich hier irgendwo in der Nähe sein, denke ich mal. Der kann natürlich hier überall sein, ne? Hier unten. Überall kann der sein. Aber das muss irgendwas mit dem Bahnsteig zu tun haben. Deswegen denke ich mal schon, dass das beim Bahnsteig ist. Auf dem U-Bahn-Steig suchen. Müssen wir doch wieder zurückgehen. Also hier ist es nicht. Ja, wobei, könnte hier oben sein, ne? Hier ist nochmal so ein... Guck mal, hier waren wir auch noch nicht. Da waren wir auch noch nicht drin. Da gibt es mir wirklich wieder so ein... Sammel-Item. Ich will gar nicht wissen, was da rauskommt, Alter. Achso. Da ist er. Er hat gesagt, sie wollen die Signale mit dem Shade-Server abschirmen, damit sie die Sprengsätze mit der Metro nach DC bringen können. Ich versuche den Server zurückzuholen. Mhm. Falls irgendwer das hört... So. Stromnetz ausgefallen. Neustart fehlgeschlagen. Neustart fehlgeschlagen. So. Also nochmal. A und C. Also hier ist C. Uff. Und A. Uff. Fertig. So. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Kommen wir da eigentlich auch rein? Dann muss ich hier nicht immer um die Ecke rennen. Jetzt. So. Nach dem Zulauf sind sie los. Tja. Hm. Ich habe keine Ahnung, was ein Zulauf-Silo sein soll. Es ist irgendein Silo, wo was zuläuft. Wird eigentlich nach einer Weile mir irgendwas angezeigt? Kann man da auch rein, nicht, oder? Düh-düh-düh-düh-düh. Wo geht's hier hin? Okay, hier geht's zu dieser Übersicht. Zum Startpunkt. Ich weiß nicht, ob ich runtergehen muss. Ob das mein Ziel ist, wenn ich jetzt hier runtergehe. Weil Zulauf-Silo... Terminal. Ähm... Ja. Keine Ahnung. Könnte überall sein, ne? Könnte überall sein. Zulauf-Silo. Ich weiß nicht mal, wie das Zulauf-Silo aussehen soll. Hier vielleicht. Guck mal, hier ist irgendwas. Das sieht aber eher aus wie eine Kläranlage. Da ist es. Guck mal, da hinten. Jetzt wird es mir angezeigt. Ich glaube, nach einer gewissen Weile merkt das Spieler sich total... ...total droff bin und überhaupt den Weg nicht finde. Und dann hilft es mir einfach mal. Aber wie komme ich denn da hin? Ah. Da ist es. Silo. Da steht es auch. Ui. Ja. Einmal. Hier muss noch irgendwo eins sein. Oder zwei. Oder drei. Aber ich muss den erstmal... Alter, hier guckt man jeden... Geil. Komplett los hier. So. Wo sind denn die anderen Dinger? Einen von drei sehe ich hier nur. Da hinten. Ah, hier. Ne, wo? Hä? Wo war denn das jetzt? Da ist er. Ah, Bruder. So. Zwei. Und wahrscheinlich hier irgendwie. Ja. So. Dann haben wir drei Stück gemacht hier. Luftstoffkonzentrationen in der Luft sinkt. Muss mal ganz schnell in Deckung gehen. Aber ganz schnell. Ba, ba, da, ba, ba, ba. Jetzt da die Tanks zerstört sind... Werdig. ...und das Belüftungssystem wieder läuft, hat DC eine Sorge weniger. Sie können zum Echo-Sorg. Die Luft sollte jetzt rein sein. Das war... ...das zweite... ...Dingsel. So, nun haben wir noch einen. Glaube ich auf jeden Fall. So, wie kommt man denn hier wieder hoch? Hier. Hopp. Und hopp. So. Dann machen wir mal hier abschließen. So, abgeschlossen. Und dann haben wir jetzt noch eins. Die können wir nicht mehr auswählen, ne? Die sind dann schon durch hier. Also, das macht mich. No. Und dann machen wir schon mal... oder? Nee.